So meine lieben Freunde, Hallöchen! So jetzt haben wir wieder sieben Zuschauer, es gibt schon wieder kleine Probleme, ach das ist schlimm. Es nervt, hier sind so viele Knöpfe und so viele Sachen die ich machen muss, aber ich hoffe euch hat das Lied gefallen, so wie es aussieht, ja. Und ihr müsstet mich jetzt eigentlich auch hören, ja es ist immer 10 Sekunden verschoben, jetzt schreibt ihr mir alle, dass ihr mich nicht hört, obwohl ich geredet habe. Ich habe aber nichts Besonderes gesagt, ist egal. Erstmal Hallo an AllVideos, an der Castromat, an Jana, an Leni, an PK und mal gucken, wer noch alles dazu kommt. Und das Lied eben, das ist mein Intro-Lied. Ich dachte, ob ich vielleicht jetzt noch ein kleines Intro bastle, aber das wäre von der Zeit her zu knapp geworden und deswegen habe ich nur das Lied gespielt. Ja, heute strammes Programm, ich hoffe euch das, ich hoffe euch das gefällt auch. Wie macht ihr es mit dir? Ich hoffe euch wird das auch gefallen, so wie das Lied eben. Denn ich habe mir ein paar Sachen überlegt, vor allem ein paar Sachen, da ich jetzt 100 Abonnenten habe, dass ich, eigentlich schon mehr als 100, jetzt habe ich schon wieder 110, ich weiß nicht wer jetzt, also Castromat ist dazu gekommen. Ich nehme an, AllVideos hat jetzt auch abonniert, danke dafür auf jeden Fall. Und ich möchte natürlich viel mit euch in Kontakt bleiben. Ich möchte nicht nur mit euch in den Livestreams zusammen zocken, sondern ich möchte auch so ein bisschen mit euch Kontakt halten, ob jetzt über Facebook, Skype oder was weiß ich nicht. Und ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Dazu kommen wir gleich, dann gibt es heute ein kleines Gewinnspiel. Dazu komme ich auch, ich habe gesagt, bei 100 Abonnenten gibt es ein Gewinnspiel. Das ist nicht das heutige, das ist ein extra Gewinnspiel, was es heute gibt, was auch nicht für jeden was ist, weil nicht jeder das benutzen kann. Aber das alles stückchenweise, denn wir haben heute drei Stunden. Ich wollte 18 Uhr halt anfangen, es waren zu wenig Abonnenten da. Jetzt haben wir wieder 7, 8, jetzt sind wir wieder bei 7 und ich werde das weiterhin so ab 20 Uhr machen, weil sonst macht es für mich keinen Sinn. So, es kann sein, dass ich zwischendrin danke, Kastromat, ich bin cool. Ich habe auch oben gelesen, ich bin der Netteste und ich bin bester YouTuber ever und 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 und. Das lese ich natürlich sehr, sehr gerne. Das liest eigentlich jeder gerne, weil so sehe ich, dass meine Videos und auch vor allem diese Livestreams, wo ich mit euch ja im Prinzip in Kontakt stehe, dass die bei euch übelst gut ankommen. Obwohl ich im Moment nicht viel Zeit habe, aber das müsst ihr mir nachsehen, denn ich habe Familie, ich habe Arbeit und diverse andere Sachen. Also viel Freizeit bleibt leider absolut nicht. Und ich im Sommerkleid. Ja, nee, denke ich nicht. Ich mache da lieber ein Intro. Obwohl Sommerkleid wäre nicht so viel Arbeit und es wäre etwas luftig, obwohl es heute nicht ganz so warm ist wie die letzten Tage. Ja, aber ich sagen wollte, es kann sein, dass meine Stimme zwischendurch ein bisschen komisch klingt. Ich bin nicht im Stimpo oder sowas. Ich hatte das Problem, ich habe jetzt eine Woche lang irgendeine Krankheit gehabt. Keine Ahnung. Ich bin nicht der Typ, der zum Arzt geht. Ich bin auf Arbeit gerannt. Auch wenn es mir nicht gedankt wird. Ist aber egal. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Blöde Arbeit, blöde Arbeit. So, und auf jeden Fall hatte ich jetzt ein paar Tage, wo mir abends auf einmal, da war die Stimme weg und gestern genauso. Gestern Abend Stimme komplett weg, heute früh komplett weg. Ich wusste nicht, ob ich den Stream heute machen kann. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht, vielleicht, wenn die Stimme weg gewesen wäre. Aber ich hoffe, das hält heute mit der Stimme. Das passt soweit alles. Und ich brauche hier ein bisschen mehr Licht. Man sieht mich nicht. Ja, jetzt blendet es zwar, aber das ist mir egal. So, du machst auch Intros. Was zocken wir als erstes? Als erstes habe ich mir ganz kurz. Als erstes zocken wir... So, gut. Jetzt habe ich aus Versehen den Text wieder angemacht. Das war nicht der Plan. Aber ihr habt gesehen, Mario Kart gibt es als erstes. Und dazu jetzt nochmal, weil das eben, um mich ganz so ersichtlich war. Wir zocken heute drei Stunden. Also ich bin mindestens drei Stunden hier, obwohl ich vorhin schon eine Stunde da war oder so ähnlich. Erste Stunde Mario Kart. Zweite Stunde machen wir Splatoon. Und die dritte Stunde habe ich gedacht, Lost Revers. Da das vielleicht aber nicht für jeden das Spiel ist. Ja, denke ich mir mal... Können wir gucken, was sich eben so ergibt. Wir können vielleicht auch quatschen. Wir können nochmal Mario Kart spielen. Ich weiß es nicht. Okay. Was? Bin ich nicht mehr online? Eigentlich... Ne, ich bin online. Alles gut. So. Hey Blackstar, da bist du doch. Okay. So. Zum Gewinnspiel komme ich ein klein bisschen später. Zu den Sachen, die geplant sind. Ich werde nämlich auch noch darauf eingehen, was noch so als 100 Abo-Specials kommen. Denn ich habe mir fünf Sachen überlegt. Eine Sache ist das, was jetzt gerade kommt. Dieser Livestream, wo wir ein bisschen zusammen zocken. Und... Ach, bevor ich hier lange erkläre. Moment. Da habe ich noch was vorbereitet. Da seht ihr, was heute der Plan ist. Und... Und dann gucken wir mal. Was ich gleich sagen muss, wenn wir Splatoon zocken. Ich zocke im Rangkampf. Also, wenn jemand nicht absteigen will oder sonst irgendwas, dann kann er leider nicht mitzocken. Bei mir als Splatoon geht es nur darum, dass ich Spaß habe, dass ich mit euch zocke. Und mir ist es da egal, ob ich auf- oder absteige. Interessiert mich nicht. Weil es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich ganz oben bin und hier die besten Bewertungen habe. Ja, dann ist das Spiel ja eigentlich durch. Was habe ich denn da noch davon? Deswegen zocke ich lieber so mit euch und fertig. Okay. So. Ihr habt gelesen, ich mache Mario Kart an. Also haut mal euer Mario Kart. Ach ja, wer will überhaupt mitspielen? Das werden wir gleich sehen. Es ist gerade leckfest. Ach so. Müssen wir gucken. Wir spielen es ja erst in einer Stunde. Also kein Thema. Kein Thema. Und man hört schon gerade ein bisschen, dass die Stimme gerade etwas am Arsch ist. Mein Ton war eben aus, als ich das Spiel gezeigt habe. Kann das sein? Macht nichts. Wird schon hinhauen. Ja, ich hatte vorhin auch hier Probleme mit der Übertragung. Wo ich vorhin in 18 Uhr ein bisschen, gab es kleine Probleme hier mit der Übertragung. Aber ich denke mir mal, wir kriegen das hin. Es wird kein Problem sein. Und mit Rangkampf bei Splatoon werden wir sehen, was denn da passiert. So, ich mache mich wieder klein. So, weg ist er. Wow. Ganz so klein will ich nicht sein. Und dann gehen wir in... Das ist das Falsche. Ich habe hier viel zu viel. Da ist Mario Kart. Sehr schön. So, Ton von Mario Kart ist da. Mein Ton ist da. Bilder sind beide da. Es müsste alles funktionieren. Außer, dass hier mein Kaffee vor... Vor dem Bild steht. So. So, so, so. Also, wir gehen jetzt mal hier online. Ja. Perfekte Größe. Okay, gut. Wir gehen jetzt in Freunde und Mitspieler. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe das beim letzten Stream das erste Mal gespielt. Dann habe ich zwischendurch ein paar Strecken freigeschaltet. Und den Rest hat meine Crew erledigt. Mit den Freckenstreifalten. Mit den Freckenstreifalten. Mit den Frecken... Nein. Gott. Mit den Strecken freigeschalten. So. Also, ich erstelle jetzt einen Raum. Ja. Wir nehmen... Ich weiß nämlich nicht, ob alle die Zusatzpakete haben. Deswegen nehmen wir ganz normal 32 Strecken. Und dann könnt ihr jetzt gerne einsteigen. Ich weiß nicht, was ich hier für Extras im Fahrzeug habe. Freigeschaltet habe. Deswegen nehme ich jetzt einfach das, was ich das letzte Mal habe. So, da bin ich. Oh, ich finde diese Mies so hässlich. Sprachfasching. Ja, genau. Sprachfasching. Ich muss mich ja anpassen zu meiner Verkleidung. Mich wundert es, dass noch nie jemand irgendwas gesagt hat. Oh, du trägst ein Kopfluch. Was geht da ab? Ich weiß, dass es jetzt jemand schreibt. Irgendjemand wird es jetzt schreiben. So, wen haben wir denn da? Steht nicht da? Steht nicht da? Da ist noch jemand. Los, wir wollen das Ding ja voll kriegen. Wir haben alle graue Hosen. Wir sind der Club der... Oh, Finn. Hi, grüß dich. Wir sind der Club der Graue Hosen. Und Blackie ist da. So, wer ist denn noch am Start? PK will noch reinkommen. Zum Fall zum Friseur zu gehen. Ne, im Moment. Haben sie eine gute Länge. Weil auf Arbeit möchte ich nicht unbedingt mit dem Kopftuch ankommen. Wir haben aber Angst, dass ich Bomben irgendwo lege. Das will ich bitte vermeiden. So. Ja, wenn jetzt jemand gerade da ist und noch nicht mit mir befreundet ist. Was machen wir denn da? Was ist denn das? Das erinnert mich gerade an Goldust und R-Truth oder Goldust und Fandango. Yeah. Könnten wir mal bitte Finn mit dazu nehmen und nicht ausschließen? Was soll denn das? Ach so, du bist Finn. Ach ja, stimmt, du hast ja von... Ja, okay, alles klar. Na, dann können wir hier auch starten. Dann geht's erstmal los. Wer mit dabei sein will, einfach schreiben und dann... Ich sag mal, wir nehmen jetzt hier 100 CCM. Das müsste eigentlich in Ordnung sein. für alle. Was sag ich jetzt noch? Ohne Teams, alle Items, ohne Computer. Nein! Mit Computer, bitte. Moment. Ja. Das ist doch sonst lame. Sorry, Leute. Aber das muss ja immer einmal sein, dass ich hier Mist baue. Also, zwei, drei Stecken. So, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin Jana. Ach ja. So, äh... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin Andy. Ich mag auch Joshi. Joshi ist mein Lieblings-Kart war. So, wenn das jetzt gerade stimmt, finde ich es wieder da. Und ja, passt. Wir waren das hier mit der Einstellung. Starten. Kommt die Einstellung jetzt? Ja, ja. Computer mit. Ja, Computer leicht. Alle Fahrzeuge, alle Items, Teams. Das ist Quatsch. Ja, Computer normal, würde ich sagen. Ist okay. Ja, meine ich doch hier. Computer normal. So, Renn starten. Jetzt kann es losgehen. Ohne Teams, alle Items, Computer normal und alle Fahrzeuge. Okay, wunderbar. Und, äh... Achso, wir konnten einzelne Strecken auswählen. Ähm... Dann nehme ich... Ich nehme jetzt mal eine... Tja, ich nehme die mal als Startstrecke. Die ist ganz cool. Bin mal gespannt, was wir hier, äh, nehmen. Leo und Kerstin. Was? Leo und Kerstin. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Äh... Ja, schön, dass du da bist. Freut mich auf jeden Fall. Danke schön, Bura. Was? Was? Oh, no, 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 no. Achso, ja, mit Chirchi, okay. Es ist immer schwierig, hier zu reden, hier zu zocken und hier noch nachzuvollziehen, auf welche Frage, die ich vor 10 Sekunden gefragt habe, ihr antwortet. Denn der Chat ist immer, oder der Stream ist immer 10 Sekunden. Ja, war klar, dass Blacky Clay abzieht. Er ist immer 10 Sekunden verz... Äh... Ja, verschoben. Und das ist immer so ein bisschen blöde. Weil ich eine Frage frage, eine Frage frage, und ihr dann erst später darauf antwortet. Das ist etwas... Ja, ist mich auch untergefallen. Das ist etwas nervig, aber okay. Kann man nicht ändern. Ist halt so, ne? So, mal gucken, ob ich hier was reißen kann. Mit wem hast du letztens gezockt? War das Joshua? Da kann... Bläh, 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 bläh. Bin mir gerade nicht so sicher, wo ist eigentlich Joshi? Also Joshua? Ihr Säcke. Wer das auch immer gerade war. So, Platz 3. Wir wollen aber noch eins nach vorne. Was gerade gar nicht gut geklappt hat. Ja, wir zeigen jetzt erstmal eine Runde und, ähm... Dann gehen wir mal immer so stückchenweise auf die ganzen Sachen ein, die so geplant sind und die so gemacht werden und, und, und. Wo ist denn schon wieder Blacky? Ich habe immer jemanden dabei, der irgendwie, keine Ahnung, Tag und Nacht dieses Spiel gespielt. Wie gesagt, bei mir ist es ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Aber nur im letzten Livestream habe ich es mal gespielt auf 50 CCM und jetzt sind wir hier auf 100 CCM. Da ist er. Und wenn ich nebenbei noch rede, ist das etwas, äh, schwer. Und der gute Blacky kennt das Ganze natürlich, denn er ist auch Let's Player. Er könnte, er kann jetzt bald sein 200 Abo Special machen. Ist ja schon bei 179. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Und auch Blacky ist ein, äh, Splatoon-Zocker. Also wenn wir Blacky im Team haben, nachher, dann ist natürlich, äh, sehr, sehr schön. Denn, Blacky ist gerade auf dem Weg, äh, äh, ist gerade auf dem Weg auf die, ähm, S-Ränge. Und da können wir ganz gerne mal vorbeischauen, denn, ähm, ja, zockt halt auch Nintendo-Spiele, zockt Splatoon, ähm, weiß gar nicht, ob man noch Mario Kart großartig macht. Er kann jetzt leider auch nicht im Chat schreiben. Und mit Blacky habe ich ja auch schon ein Video zusammen gemacht zu Cube Life. Durch Cube Life bin ich ja auf ihn aufmerksam geworden damals, ähm, als ich so aus langer Weile, weil ich mit Cube Life so weit durch war, bevor das Update kam, habe ich aus langer Weile mal geguckt, wer denn noch so Cube Life zockt und, äh, was die denn so machen. Und da bin ich auf Blacky aufmerksam geworden. Und ich glaube, dann habe ich einfach nur ein paar Kommentare geschrieben, äh, was ich, äh, ne, ja, ich habe Hilfe-Kommentare geschrieben. Weil Blacky doch ein bisschen verzweifelt war bei dem Spiel. Und habe dann immer ein paar Tipps geschrieben und, ja, so war das dann, äh, dass, dass wir dann irgendwann ein bisschen intensiver geschrieben haben und so weiter. Ich lese kurz selber. Ah, das Crane wieder. Sehr schön. Böse Kandibalen, jawoll. Böse Kandibalen. So, was nehmen wir denn jetzt für eine Strecke? Mir eigentlich total egal. Das hier. Ja, Crane, wir haben jetzt schon eine Runde gezockt. Also ein Rennen. Problem ist, äh, Blacky ist gerade, also Blackstar ist gerade am Start und Blackstar, er kann irgendwie jedes Nintendo-Spiel wie ein Beklopper. Also, wie es aussieht, hätten wir die Gegner wohl einen kleinen Ticken stärker machen können. So, ich sehe gerade, ihr freundet euch hier im Chat an. Das ist sehr interessant. Ja, ich muss bei Mario Kart nochmal gucken. Ich hatte es schon mal durchgespielt und ich muss nochmal gucken, äh, was hier die beste Einstellung ist. Das war zwischen, ja, das war zu früh, haben wir klar. Was hier die beste Einstellung ist, ähm, welche Teile, welche Fahrzeuge und, und, und. Ich finde das ja immer sehr unpassend in Mario Kart, wenn man hier sein, äh, Auto im Prinzip tunen kann. Weiß ich nicht. Ich fand es früher besser. Die Dicken, die sind halt stärker, sind dafür etwas langsamer, dann gibt es die Allrounder und, und, und. Jetzt ist es mir ein bisschen zu taktisch für einen Fundraiser, muss ich sagen. Aber gut, kann man jetzt nicht unbedingt ändern. Ist dann halt so. So, und auf jeden Fall, äh, war ich fast auf der falschen Seite. Äh, so, und auf jeden Fall muss ich doch mal gucken, was es denn da noch für Feineinstellungen gibt, wenn ich mal Zeit habe. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel echt lange, lange nicht mehr gezockt. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, dass ich hier gerade nicht so gut vorwärts komme. Obwohl, doch dritter Platz, ist eigentlich ganz gut. Passt auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier alles für schöne Items? Jetzt habe ich, jetzt habe ich mein Item. Ja, bin ich behindert. Alter! Ich hau mich hier selber weg. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. So, den Stern benutzen wir noch nicht. Den benutzen wir nämlich jetzt erst. Da ist mir nämlich dann alles hier egal. Oh, hier liegen Pilze. Vielleicht sind die sogar von mir aus Schweizer. Oh, na, klasse. So, ich bin immer auf dritter Platz. Was geht denn hier ab? Da sehe ich aber schon den nächsten. Da oben ist gerade irgendjemand gefahren. Da ist auf jeden Fall Finn. Finn haben wir gleich. Und Blacky ist schon wieder in, was weiß ich, wo er wieder ist. So, da schauen wir gleich mal, wie wir hier vorwärts kommen. Oh, zu schnell. Viel zu schnell, ja. Geh weg. Geh weg mit deinem Stern. Oh, oh, Blacky. Jetzt haben wir vielleicht doch noch eine Chance, Blacky zu erwischen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Denn das ist der Nachteil, wenn man auf dem ersten Platz ist. Nein, ich muss da rüber. Fuck. Komm, 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 komm. Mach hin, mach hin, mach hin. Ja. Jetzt habe ich es mir natürlich ein bisschen versaut. Jetzt kann ich das knicken mit dem ersten Platz. Ich glaube, der zweite wird auch nichts. Aber gut, egal. Vollkommen egal. Das war ganz schön gewissen. Keine Chance mehr. Schade. Gut, dritter Platz ist okay. Also, man darf hier den Chat nochmal nachvollziehen. Wenn der Chat nämlich nicht still hält, weil ihr nämlich die ganze Zeit schreibt. Ich habe keine Chance, hier zu lesen. Das geht nicht. Okay, okay. Oh, Sefnik, da bist du ja wieder. So, ja, Sefnik, wenn du mitzocken willst, weil Mario Kart hast du ja, soweit ich das weiß. Ach, komm, ich nehme mal eine Strecke, die ich nicht so gut finde. Äh, ja, dann hau Mario Kart rein, äh, schreib, wenn du soweit bist. Und dann, ich kann es losgehen. Geh, gehen, liebe Wege. Geh, gehen. No, it's the space. F-A-Q's. Vlogs. Ja, Vlogs wollte ich auch mal machen. Ich weiß gerade, Lese. Vlogs wollte ich auch mal machen. Äh, habe eigentlich auch schon angefangen. Aber ich habe es dann gelassen, da ich ja diese Livestreams mache. Und ich finde es eher praktisch, äh, oder praktischer, Livestreams zu machen. Ja, geht mal auf AllVideos. Er hat nur ein Abonnent. Geht mal auf AllVideos, dass er mal ein paar Abonnenten dazu kriegt. Weil, ähm, wir haben ja alle mal klein angefangen. Können wir mal schauen. Ich habe auch vor, dadurch, dass ich ja sehr viel... Waaah. Da ich ja sehr viel mit, äh, euch zusammen, äh, mache. Oder machen möchte. Habe ich auch vor, ein... Ein Format zu starten. Und das ist das, Blackie, genau zuhören. Auch wenn du gerade zockst. Was ich dir mal geschrieben habe, dass ich eine Idee habe. Äh, Kanalvorstellungen. Das Ding ist aber, es muss relativ einfach sein, diese Kanäle vorzustellen. Es darf nichts Gezwungenes sein. Und auch nicht so, ach, der hat mich jetzt vorgestellt. Also, stelle ich dem vor. Und da bin ich halt noch am überlegen, wie das genau ablaufen kann. Wie man das machen kann. Und, äh, wie man auch die Videos so machen kann, dass es sich lohnt. Weil es ist schade, wenn jemand wirklich richtig viel Arbeit in der Kanalvorstellung steckt. Und dann wird... Ach. Und der, äh, derjenige, der von allen vorgestellt wird, macht auch eine Kanalvorstellung. Oder mehrere. Und die sind dann halt nur so 0815. Das muss schon irgendwo... ...ungefähr ausgeglichen sein. Und da bin ich am überlegen, wie man das richtig hinkriegen kann. Das hat wirklich talentierte, kleine YouTuber auch nach oben kommen können. Denn das ist gar nicht mehr so einfach heutzutage. Und Anfang... Und, äh, ja... Und es, äh, äh... Und Anfang tut es am besten... Ja, tut es, sagt man nicht. Ähm... Indem man mit anderen kleinen YouTubern irgend sowas macht. Äh, wie zum Beispiel Kanalvorstellungen. Und dadurch kann man dann auch ein bisschen bekannter werden. Denn... Eins kann ich euch sagen, die, die jetzt mit YouTube angefangen haben. Ab 100 Abonnenten, äh, läuft das Ganze dann eigentlich automatisch. Am Anfang dauert es immer ewig lange, bis man Abonnenten kriegt. Und dann ab 100 Abonnenten, äh, läuft die Sache dann... Ja, relativ normal. Da hat man so, würde ich jetzt sagen, pro Woche ein Abonnent. Kann man natürlich ein bisschen, äh, nach oben treiben, die ganze Sache. Zum Beispiel mit Livestreams. Aber man muss halt dann auch reden können. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, das ist halt eine Sache. Ähm... Mein Lieblings Mario Kart, sagt Leon. Ähm... Eindeutig ist das Mario Kart 64. Äh... Da! Komm, komm, komm! Das ist ja auch immer... Man muss halt dann auch ein bisschen YouTube-Einschreiben nehmen. Dann hat man gesagt, das wäre besser, als wie die das gerade planen, aber trotzdem hätte man die Idee, dass man auch aufbricht. Ja, Blacky schreibt mir zu mit Mario 64. Ja, Blacky, du kannst erst mal kurz schreiben. Wir haben mal ganz kurze Pause, dass ich hier mal ein bisschen drauf eingehen kann. Ja, Sefnik ist am Start. Ja, jetzt musst du noch kurz warten. Was, was, was? Was ist denn jetzt los? Ey, kann dich nicht mal kurz hier... Ja, das nervt mich. Wir können doch keine Pause machen. Das ist natürlich wunderbar. Wie soll ich so arbeiten? Das gibt's nicht. Ja, Leute, wovon ich euch ganz, ganz stark abrate, wenn ihr YouTube-Kanäle habt, macht kein Sub4Sub. Also hier, abonniere mich und dann abonniere ich dich, weil das nichts bringt. YouTube läuft inzwischen komplett anders. Früher war das so, da ging's nach den Abonnenten. Heute ist es aber so. Es geht danach, wie aktiv deine Abonnenten sind. Ob's jetzt Likes sind, ob's Dislikes sind, ob's Kommentare sind und vor allem die Watchtime. ist, äh, wichtig. Deswegen, wenn ihr jetzt, ähm, keine Ahnung, ich hab's schon gesehen bei einigen. Ja, abonniere mich und ich abonniere dich und hast du mich gesehen? Äh, bringt nicht viel, weil wenn du, keine Ahnung, tausend Abonnenten hast und davon, äh, sind grad mal drei aktiv, die dich wirklich gerne gucken, wirst du sehen, dass, äh, auf deinem Kanal nichts los ist. Weil Abonnenten, die nichts machen auf deinem Kanal, von denen hast du nichts. Ist einfach so. Ist nur ein kleiner Tipp, klar, für einen selber sieht's natürlich geil aus, wenn man tausend Abonnenten stehen hat. Aber wenn die nichts machen, ähm, bringt euch nichts. Das kann sich natürlich wieder ändern, aber ich glaub nicht, dass YouTube das nochmal ändern wird. Weil das war früher das Problem. Dadurch kam das mit diesen Subs for Subs oder, äh, dass man Abonnenten gekauft hat. Was halt aber nichts bringt. Denn, äh, das wird von YouTube gar nicht mehr beachtet. Ich hab mich da nämlich erkundigt, äh, weil ich da auch diverse Angebote gekriegt habe. Auch hier mit Einschlag 500 Abonnenten, muss nur das und das machen. Und, äh, nee. Das war jetzt bestimmt Blacky, hä? Und, äh, das ist, nee, will ich nicht. Da ist er Wetter. Da ist er Wetter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall beachtet das YouTube halt nicht mehr, dass da, äh, so und so viele Abonnenten sind. Und das ist halt, äh, ist verschwendete Zeit. Oder man wundert sich halt, warum man halt so viele Abonnenten hat und trotzdem die Videos nicht geklickt werden. Das hängt alles miteinander zusammen. Ha! Yeah! Kühe schießen! Hab ich auch noch nie gemacht. Meine Stimme, sie geht langsam weg. Sehr schön. Kann man nachher nur noch flüstern. So ist Blacky so schnell. Ist voll unfair. Der weiß, welche Autos schnell sind. Ich komm einfach nicht ran, ihr seht's. Ich komm einfach nicht ran. Na ja, gut, okay, ähm. Ja, wenn man denn dann auch, äh, die anderen, äh, liked. Das ist halt die Sache, weil viele sagen, ja, okay, mach ich diese und jenes, tralala. Okay, Crane, äh, dann, äh, es erstmal, hab ich kurz, hab ich in der Pause, hab ich das schnell gemacht. Zum Glück. So. Äh, äh, der Kuh geht's gut, die war so dick, äh, die hat Aufprallschutz. Achso, schon vorbei. Wo war jetzt Zefnik eigentlich? Äh, äh, okay. Gut, alles klar. Da unten. So, da können wir aber jetzt kurz labern. Ich mach aber mal die Melodie hier aus. Oder? Oder willst du mich jetzt hier ärgern? Wo ist Blackie hin? Da ist er. So, ich weiß nicht, ob jetzt hier wieder eine Zeit, Dings, ist, weil so ist es eigentlich nicht so unbedingt geplant. Äh, ich lass das mal hier so an der Seite laufen. Mal gucken. Äh, vielleicht kommt ja gleich wieder ein Countdown. Äh, ich hoffe natürlich nicht. Hä. Ich versuch auch hier zu gewinnen. Ich überlege gerade echt, ob ich mir ein anderes Fahrzeug nehme, weil das ist... Das ist komisch. Mit Fahrzeugen komme ich auch besser klar, als mit den, ähm, kann ich jetzt aber nicht mehr machen. Als mit den Motorrädern, da kannst du besser driften. Muss ich mal gucken. Vielleicht für den nächsten Livestream. Das muss schon passen. Ja, für alle, die neu dazugekommen sind, ähm, ich hab für mein 100-Abo-Special, hab ich, oder für die 100-Abo-Hab ich mir fünf Sachen überlegt, die, äh, ich machen werde. Eins ist dieser Livestream und, ja, geht gleich los. Ganz ruhig. Äh, ist dieser Livestream, das andere erwähne ich gleich. Dann, ähm, möchte ich noch mehr mit euch zusammen, äh, interagieren, sag ich jetzt mal. Dafür hab ich mir auch ein paar Sachen überlegt. So, dass ihr wirklich, äh, mich erreichen könnt, dass ich euch erreichen kann, und, und, und. Das passt auch. Und, ja, das Gewinnspiel, ich würde sagen, äh, wir spielen noch eine Runde oder zwei Runden und dann sag ich euch, was es zu gewinnen gibt. Und das werden wir dann stückchenweise, äh, gewinnen. Achso, ich kann mich gleich mal zeigen. Ich mache das auf die altmodische Tour. Weil, im Moment geht's noch mit zu wenig Abonnenten und da nicht so viele hier im Livestream sind. Werden wir Lose ziehen in dieser lustigen Büchse der Pandora. Ein sehr, sehr schönes Dings. Und, ähm, da werden dann, äh, handgeschriebene Lose reingeschmissen. Und dann könnt ihr natürlich gewinnen. Da werde ich nämlich euch zielen. So, okay. Dann starten wir jetzt noch mal. Äh, bla 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 bla. Ich überlege gerade, soll ich die Gegner ein Stückchen nach oben pushen oder soll ich es lassen? Ja, die Karten sind stärker. Ich weiß, aber das Ding ist, wo ich angefangen habe, habe ich erst mal das Motorrad genommen, um etwas schneller zu sein. Und, ähm, jetzt ist zwar alles freigeschaltet, das habe aber nicht ich gemacht. Das hat Leni gemacht. Und deswegen, äh, ich muss erst mal gucken, was überhaupt passt. Das will ich jetzt aber nicht hier im Stream machen, weil das dauert alles viel zu lange. Doch, ich werde die Büchse öffnen. Das ist nicht das erste Mal. Ich habe gehört, dass die Büchse limitiert sein soll. Die ist ja von God of War, aber es steht keine Nummer. Doch, hier steht eine Nummer. Äh, nee, so rum war es. Äh, ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung. So, wir können 150 machen. Ja, dass du das schreibst, war mir klar, dass wir 150 machen können, Blacky. Ich rede eigentlich von den anderen. Leon, du spielst doch gar nicht mit. Ja, wer mitspielen möchte, sagt Bescheid, dann kann ich euch noch mit reinnehmen, ist kein Thema. Dann könnt ihr mitzocken, Mario Kart. Äh, genauso nachher mit, äh, Splatoon. Weiter müssten wir uns noch mal kurz, äh, in, im Miiverse kurz, äh, kurz schließen. Kurz, kurz schließen. So, okay. Dann machen wir die Gegner nicht nach oben. Da ihr nichts schreibt. Also, bei Blacky war es mir klar, aber das ist den anderen, äh, äh, für die anderen etwas schwierig, wenn sie das nicht so ganz gut können. So. Ja, jetzt schreibt es selbst nichts. Ja, schönen Dank auch. Äh, ich rede von den Gegnern. Ich rede nicht vom, vom CCM. Also, wir können natürlich auch 150 CCM machen, äh, da wird es schneller. Stimmt, das könnten wir eigentlich machen. Äh, ach komm. Dann machen wir das jetzt gleich, weil ihr zwei das schreibt. Raum erstellen, yo. Yo. Yoshi. Ich gucke noch mal ganz kurz, nur bei den Autos. Ich werde es jetzt doch machen, ich will ganz schnell hier durch, äh, checken. Tempo-Beschleunigung, hast du nicht gesehen. Der ist auch relativ interessant. Der ist heavy. Also, ja, diese komische, der Käfer. Äh, Mercedes, ne. Quatsch. Der FC. Ich könnte natürlich auch das FC-Root-Ding nehmen. Na ja, das ist schwierig so unter Druck hier zu entscheiden. Ich habe natürlich noch nicht alles freigeschaltet, das ist natürlich auch blöde. So, jetzt guck ich noch mal drast. Wir haben hier Beschleunigung und End-Tempo haben wir das. Also, Beschleunigung kurz vor Strich 4. Ne, 5. Also, oben haben wir 3 und unten haben wir 5. Fast 3 und fast 5. So. Fast 3 und fast 5. Ähm, was war jetzt gut? Fast 3 und sehr schlecht. Das war gut. Auch nicht, auch nicht. Oh, ist jetzt das FC-Root-Ding. Äh, der hat nicht so gut das Tempor-Beschleunigung. Das ist aber vor 10. 3 und, äh, der hat nicht so eine Beschleunigung. Auch nicht. Auch nicht. Ich glaube, ich habe schon den Besten. Naja, ich glaube, ich muss doch bei dem Motorrad bleiben. Gut. Dann lassen wir das auch so. Und ich wollte eigentlich auf 150 gehen. Kommt das erst noch? Ach, ne, hier oben. Alles klar. 200, das ist echt, das ist nervig. Das können wir aber irgendwann mal machen. Da will ich aber vorher noch ein bisschen trainieren. Computer normal. Ja, aber es ging eigentlich nur um die Computergegner. Wir lassen es jetzt mal normal. Äh, komm. So. Und los geht's. Hm. Das Problem ist immer mit Hatern, ist einfach, äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist nicht böse gemeint. Es gibt ja viele von euch, die jünger sind, äh, und YouTube machen. Finde ich eigentlich nicht gut. Also, ähm, wie soll ich das erklären, dass es sich nicht doof anhört? Ähm. Warte, ich muss erst mal hier gucken. Ich nehm das da, so. Ähm, das Problem ist halt, man hört, dass ihr halt jünger seid und das mögen viele nicht. Äh, da ist einfach das Problem. Und auch, äh, mit der, mit der Redegewandtheit. Und da gibt's halt Leute, die mögen das absolut gar nicht und die haten euch deswegen. Ihr wisst nicht warum, weil die euch nicht schreiben, warum die euch haten. Und ihr könnt's natürlich auch nicht ändern, weil ihr halt jünger seid und halt nur mal ne Stimme habt, wie halt, äh, keine Ahnung, ein 10-Jähriger, ein 12-Jähriger oder ein 14-Jähriger. Das hört man halt. Ich hab heute auch ne Stimme wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sich das grad anhört. Ich hab's ja vorhin schon erwähnt, dass meine Stimme eigentlich weg war und ich heute gar nicht so viel reden dürfte. Und mal gucken, ob meine Stimme heute durchhält. Ähm, die Leute wollen halt, weil sie es gewohnt sind bei YouTube, äh, wollen halt, ja, Professionalität. Was aber natürlich immer ein bisschen blöd ist, wenn man erst angefangen hat und vor allem, wenn man jünger ist. Man ist natürlich nicht so redegewandt, äh, denn mit wem habt ihr die meiste Zeit bis jetzt geredet? Mit euren Eltern oder mit, äh, Freunden? So, aber sowas wie Verkaufsgespräche auf Arbeit zu führen, habt ihr noch nicht gemacht. Oder Telefonate mit irgendwelchen Versicherungen führen und, und, und. Das ist natürlich das Problem. Und da habt ihr natürlich nicht die Erfahrung, weg, weg, oh. Habt ihr natürlich nicht die Erfahrung, wie man da reden sollte, wie man da reden kann oder wie man da reden muss. Und da achten halt viele leider drauf und, äh, haten. Ich meine, ich gucke mir sowas ungerne an, ähm, wenn jetzt jüngere reden, weil es gibt zu viele Alternativen, wo man dann halt Sachen erfährt. Ich will halt, wenn jetzt einer jetzt irgendwas erklärt, ich meine, Let's Place gucken sowieso nicht. Aber wenn jetzt einer was erklärt, ein Spiel erklärt, dann möchte ich gerne Hintergrundinfos und möchte gerne wissen, äh, was der über das Spiel weiß. Und halt wirklich Infos und interessante Sachen. Und ist klar, wenn man zwölf ist, kann man mir nicht die Geschichte erzählen, wie zum Beispiel Nintendo entstanden ist. Das geht nicht, weil man das ja gar nicht wissen kann. Weil Nintendo ja schon, die gab's ja schon, bevor ich geboren wurde. Und das ist eben das, äh, das Problem, wo jüngere dann immer halt blöd, blöd dastehen. So, ich hoffe, ich hab das jetzt, äh, so weit ordentlich erklärt, dass hier sich jetzt keiner, äh, angegriffen fühlt. Es gibt einfach leider viel zu viele, äh, Jüngere, die mit YouTube anfangen und somit gibt's da viel zu viele. Und das wollen die meisten halt nicht mehr. Ja, deswegen empfehle ich vielen, die halt jünger sind, ähm, und YouTube machen, nehmt für euch privat, äh, ich red grad schon wieder viel zu viel. Ich seh grad, ich bin auf dem zehnten Platz, Moment. Ähm, nehmt für euch private Videos auf, ähm, veröffentlicht sie nicht und so lernt ihr, wie ihr richtig redet. Und, ähm, wie ihr auch, wenn ihr Livestreams macht, wie ihr richtig vor der Kamera seid, wie ihr, was ich ganz häufig sehe, Rechtschreibfehler. Das kommt bei den Leuten auch ganz, ganz schlecht an, wie ihr richtig schreiben könnt, äh, was geht mir ab, Punktechaos. Wie ihr richtig schreiben könnt, äh, eure Beschreibung, eure Titel und Kanalbeschreibung und so weiter. Alles solche Sachen, die man halt mit dem Leben lernt, ist logisch. Und macht das für euch privat und wenn ihr dann irgendwann in ein paar Jahren soweit seid, dann macht das professionell mit YouTube. Denn, äh, das merken sich jetzt die Leute, wenn ihr einen geilen Namen habt, ähm, und der bleibt im Gedächtnis und ihr seid aber schlecht oder seid nicht schlecht, sondern es wirkt nur schlecht, was ich ja eben gesagt hab, dann, dann, äh, merken sich die Leute den Namen und wenn ihr dann, äh, sagt, ach nee, hier, ich hab nur Hater und ich höre jetzt auf damit, ich höre jetzt auf damit und ihr macht aber dann in drei Jahren, jetzt kann ich reden, jetzt kann ich, äh, ordentlich Videos schneiden und, 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 kann ordentlich schreiben und so weiter und fangt dann wieder an mit YouTube, dann wissen die Leute aber, oh, warte mal, das war doch der, der Trottel vor drei Jahren. So, und dann geht das Ganze wieder so weiter, deswegen, hm, weiß ich nicht. Ja, es gibt auch gute Kinder auf YouTube, die hast du aber relativ selten. Es gibt halt zu viele, äh, professionelle Leute, die es wirklich richtig gut können. Ja, die haben damals Spielkarten gemacht. Das stimmt schon, die, äh, wusstet ihr auch, dass Nintendo Bordelle hatte? Freudenhäuser, das, äh, möchte aber Nintendo meistens nicht, dass, das weitergetragen wird. Und auch die erste Nintendo-Konsole war nicht das NES, es war auch nicht das Game & Watch, es gab da noch eine Konsole. Gut, das kann ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander bringen, aber es gab noch eine, äh, unbekannte Konsole. Die Game & Watch muss man ja jetzt nicht unbedingt als Konsole dazu zählen. Dann zum Beispiel sollte die, die Playstation wird es normalerweise gar nicht geben ohne Nintendo, denn Nintendo, äh, wollte mit Sony damals, äh, zusammenarbeiten. Und das ist, hat dann halt nicht funktioniert und daraufhin ist, ähm, die Playstation entstanden. Und das sollte eigentlich eine Nintendo-CD-Konsole werden. Ach, es gibt so viele Sachen, äh, es ist voll interessant, also Videospiele sind richtig, richtig interessant. Und das ist das, was mich am Videospielen so fasziniert. Nicht unbedingt die Spiele selber, das ist ein schöner Nebeneffekt, dass man Spiele zocken kann und sammeln kann, sammeln kann oder sonst irgendwas, äh, damit machen kann. Äh, das Interessanteste finde ich das Ganze drumherum. Wie jetzt mit der NX, ach übrigens, äh, was habe ich gesagt in meinem Video zur NX? EA wird höchstwahrscheinlich Spiele für die NX machen. Jetzt, äh, wurde gesagt, ja, das sieht sehr gut aus, dass die Spiele machen. Das habt ihr als erstes von mir, ich hab's jetzt schon, ich glaube, drei Wochen vorher gesagt, bevor es jetzt, äh, offiziell gesagt wurde. So. Ach ja, zur NX, äh, so wie es aussieht, ähm, gut, das Gerücht gibt's jetzt auch schon wieder offiziell von irgendjemandem. Gerücht offiziell, das ist geil. Äh, zur Tokyo Game Show wird die NX vorgestellt. Bin ich der Meinung, so wie ich das jetzt weiß, würde ich sagen, äh, dass das so sein wird. Zur Tokyo Game Show. Und die ist im, ich weiß gar nicht, September, glaube. Wartet doch mal auf mich. Ich hab hier was für euch. Na komm, wartet. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gesprungen bin, Trottel. Was ist denn das? Komm, komm. Ah. Du Sack. Jetzt hätte ich dich fast noch erwischt. So, ähm. Äh, was, 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 was. Was, rote Farbe. Jetzt muss ich natürlich hier auch mal gucken. Das ist richtig, Leon, das stimmt. Es gab aber auch noch Sachen, die ist offiziell, die offiziell nicht gesagt worden. Ähm, weil Nintendo hat ja auch mit Philips zusammengearbeitet, was eigentlich, äh, nie, ja, äh, irgendwie gesagt wurde. Sondern Nintendo hat das einfach so gemacht, um noch jemanden an der Rückhand zu haben. Und dann kam das nämlich eigentlich erst mit den, äh, das wird nämlich offiziell von keiner Seite gesagt, dann kam das erst, dass, ähm, Sony mit den Rechten und Nintendo hat das nicht so ganz gefallen. Und, äh, damit wurde das natürlich darauf geschoben. Aber eigentlich liegt es, äh, auch mit an Philips. Und das Philips halt, äh, ja, Nintendo hat sich noch eine Hintertür offen gehalten. Das fanden die nicht so toll. So, und genauso wird Sony gesagt haben, äh, Moment, wir haben ja so eine geile Konsole gemacht. Wollen wir die wirklich Nintendo geben? Ich glaube, das ist auch noch so eine Sache. Bin ich mir nicht sicher, weil wenn denn jemand so eine geile Konsole macht und, ähm, ich glaube, Sony wird auch von sich aus gesagt haben, ey, komm, wir wollen den Vertrag nicht. Wir wollen ein eigenes Ding machen. Das hat nämlich dann ganz gut gepasst. Also es gibt mehrere Sachen, die man da beachten sollte. Nicht nur die offizielle, äh, Version. Die offizielle Version ist immer die einfachste für alle. Aber was dann im Endeffekt wirklich passiert ist, das kann man immer schlecht nachvollziehen, ne. Vor allem, wenn es halt um viel Geld geht und um einen Ruf. Das sind immer so Sachen für sich. So, jetzt gucken wir mal. Nein! Da kommt ein Endgamer geflogen. Was ist das von Video da? Ach so. Okay. Severin. Hi, grüß dich. So sag ich Severin. Ist zu viel Harry Potter geguckt. Severus. Servus, Severin. Hi, grüß dich. Ich, äh, ich, äh, ich kann dich zwar jetzt nicht angucken, äh, aber ich weiß, dass du am Start bist. Das ist auf jeden Fall schön. Also freut mich. Wo ist... Wo ist Peggy? Äh, nicht. Du musst nur da sein. Geht gleich, äh, los. Mehr oder weniger. Aber wie gesagt, äh, es ist... Ich hab ja mal gesagt, äh, 100-Abo-Special wird's ein Gewinnspiel geben. Das ist nicht das Gewinnspiel, was es jetzt hier gibt. Das ist nur eine Kleinigkeit, äh, nebenbei. Ähm, das, äh, andere Gewinnspiel, das wird's auch noch irgendwann geben. Ich hab mehrere Sachen überlegt für das 100-Abo-Special und... Oder für mehrere 100-Abo-Special. Äh, denn... Ja, ich konnte mich wieder nicht entscheiden, was machst du als 100-Abo-Special. Und deswegen mach ich einfach alles, was mir so eingefallen ist. Ist natürlich für euch gut. Und, äh, für mich bedeutet es ein bisschen mehr Arbeit, aber das mach ich doch... Äh, ganz gerne. Jetzt wurde ich hier geblitzt-dingsd. Das ist doch schon wieder nervig. Und damit hab ich meinen zweiten Platz verloren. So, I-Mist. Äh, was App? Ich hab keine App. Äh, wie kann man das da... Ich will nicht... So. Okay, 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 okay. Ja, ich guck mal rein, ähm, was ich nämlich auch machen will, weil ihr ja grad die ganze Zeit davon geredet habt, äh, hier Hater und Nicht-Hater und dies und jenes. Ich möchte ein Format starten auf meinem Hauptkanal. Warte mal, wir streamen jetzt... Ja, doch, ich würd sagen, wir machen jetzt mal hier Cut. Und dann, äh, ich sag gleich, ob wir noch eine Runde Mario Kart zocken, wenn es das eine Runde, je nachdem wie lange ich jetzt brauche, oder ob wir auch gleich mit Splatoon anfangen. Ich glaub, mit Splatoon. Splatoon ist einfach zu geil. So, dann nehmen wir das hier raus. Mich nehmen wir wieder auf groß. Was piepsen ja, wie bekloppt. Was war das gerade? Nein! Nein, 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 nein. Jetzt hat das hier doch wieder ein Rennen gestartet. Okay, Leute, wir machen doch noch ein Rennen. Es tut mir leid. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt hier für eine Strecke habe. So, ein Rennen machen wir noch, weil das gerade hier ein Rennen gestartet hat. Und, äh, habt ihr mich gerade ausgedrickst? Habt ihr gerade alle hier, äh, bestätigt? Ach. So. Ich weiß nicht, was ich von der Strecke zu halten habe. Irgendwie finde ich so komisch. Irgendwie ist es aber auch gut. Äh, aber irgendwie. Hehe, nein, nein, geh weg. So. Ja, ich wollte nämlich für... Ach so, das Blattfest kann man nicht zusammenzocken. Geht das nicht, Flaggy? Bist du überhaupt noch drinne? Ja, Torte bist drinne. Muss mir nicht gleich antworten. Du weißt auch, ich spiele noch nicht so lange Splatoon. Deswegen habe ich da halt keine Ahnung. Kann ich dir also jetzt nicht so... Nein! Gehst du weg! Nein, dann müssen wir halt privat zocken. Das geht auch. Aber ich dachte, das Blattfest, äh... Ginge auch. Mit mehreren. Boah! Da war der blaue Panzer, aber ich konnte so halb ausweichen. Nein! Ja! Shit! Da konnte ich ihr nicht ausweichen. Der Pinranha... Piranha... Ja, ich wollte auf jeden Fall für Leute, die jetzt mit YouTube erst angefangen haben... Ich kenne das ganze Problem, ja? Ich bin ja auch noch nicht mal ein Jahr da. Deswegen muss ich sagen, das, was ich so ausprobiert habe, obwohl ich nicht ständig online sein konnte, beziehungsweise nicht ständig Content bringen konnte, hat es ganz gut geklappt. Man kann seine Abonnentenzahlen nach oben schrauben. Es gibt legale Tricks und Tipps und so weiter, um das hinzukriegen. Und normalerweise ist es so, dass man, wenn man relativ gut ist oder Durchschnitt ist, dass man nach ungefähr einem Jahr 100 Abonnenten hat. Ich bin noch kein Jahr da und habe schon über 100 Abonnenten. Da musste noch ein Zweitkanal, beziehungsweise mein Erstkanal dazu zählen. Das sind jetzt auch 25 Abonnenten. Obwohl da ja einige doppelt sind. Einige von euch sind ja auch da. Aber was ich gesehen habe in der Abonnentenliste, nicht alle. Wolltet ihr mich mal hier in Ruhe lassen. So. Auf jeden Fall möchte ich gerne ein Tutorial irgendwann starten. Da könnt ihr auf jeden Fall aufmerksam sein. Da zeige ich euch, wie ihr denn anfangt, was ihr machen müsst. Wie ihr euch von der Masse abhebt. Denn das ist nämlich das Wichtige heutzutage. Denn es gibt alles schon irgendwo. Und jeder macht das Gleiche und und und. Ihr habt da zum Beispiel auch keine Chance, was viele versuchen. Spielen topaktuelle Spiele. Das bringt euch nicht viel. Oh, wieder schon vorbei. So, jetzt gehe ich aber hier raus. Das bringt euch nicht viel, topaktuelle Spiele zu spielen. Weil, äh, ein großer, äh, was weiß ich, Spielsmeet oder Kronk, die haben die Spiele schon einen Monat vorher von den Publishern oder von den Entwicklern. Und somit, äh, guckt bei euch da sowieso keiner mehr groß zu, weil sie es schon vor einem Monat gesehen haben. Ich glaube, auch Dom Tendo kriegt die Spiele ein bisschen eher. Ich weiß es gerade nicht. So. Mit Countdown drücken, Alter, sehr toll. Hey, ich wollte schon ganz gern mit euch zusammenzocken. Das ist jetzt, äh, blöd. So, wir gehen jetzt endlich hier raus. So. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was. Dann machen wir erstmal das hier aus. Und das machen wir etwas größer. Ich würde sagen, das, damit ihr nochmal seht, was so geplant ist, machen wir das Ganze hier nochmal an. Ich trinke einen Schlüssel Kaffee. Und nach einer Stunde ist es jetzt auch Zeit, eine zu rauchen. Habe ich irgendwo eine? So, also. So, ja, und wenn ich die Tutorials mache, da seht ihr dann halt, da gibt es Tipps, Tricks, was ihr machen könnt, wie ihr was machen könnt. Und, 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 und. Und, ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Aber, wie gesagt, ich habe, äh, ich habe Familie, ich habe Arbeit, ich habe nicht wirklich Zeit. Das wird noch eine ganze, ganze Weile dauern. So. Was, Schleichwerbung für gut und günstig? Mein Kaffee. Auch Tatsache. Mir doch egal. Ich mache keine Schleichwerbung. Tja, mein Laden habe ich ja nicht mehr, das hätte ich jetzt Werbung für mein Laden gemacht. Aber der kommt ja irgendwann wieder. Also, könnt ihr schon mal Werbung machen. Nee, ist Quatsch. So, also. Das lenkt mich hier gerade ab, die Musik. Also, was, äh, gibt es heute zu gewinnen? Wie gesagt, äh, das Gewinnspiel ist nicht das Gewinnspiel, was ich eigentlich machen möchte. Zum, äh, 100-Abo-Special. Da wird es eins geben, wo es, äh, dann wirklich, ähm, noch ein paar große, ähm, ja, oder etwas größere Gewinne gibt. Die Ton ist weg. Hallo, hallo, hallo. Ist der Ton noch da? Also, mir wird hier angezeigt, dass Ton noch alles da ist. YouTube macht gerade wieder Probleme, sehe ich. Äh. Also, YouTube sagt mir gerade, ganz schwache, äh, Videoausgabe. Schreibt mir, sobald irgendwas hier, äh, nicht ganz hinhaut. Ich weiß nicht, was mit YouTube los ist. Ich habe 90.000, äh, also, es kommt alles wunderbar an. Ich habe noch 100.000er Leitung und, äh, über 90.000 kommt an. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, YouTube hat heute ein kleines Problemchen. Und meine Stimme. So. Also, äh, eins muss ich gleich mal sagen zu den Gewinnspielen. Auch wenn das vielen nicht passt, ähm, weiß ich. Aber ich muss sagen, äh, ich kann es nicht anders machen. Wenn ich jetzt Sachen verlose, wie jetzt Spiele, Konsolen oder sonst irgendwas, was verschickt werden muss, müsst leider ihr die Versandkosten dafür bezahlen. Weil, wenn ich jetzt überlege, ich mache, wenn ich mehrere Abonnenten dann habe auf dem Hauptkanal, das ist wichtig, weil hier gibt es keine Gewinnspiele. Das ist nur, weil ihr euch hier was gewünscht habt. Und da habe ich gesagt, komm, machst du ja auch ein Gewinnspiel. Jetzt wären es doch zwei, sogar schon. So, auf meinem Hauptkanal wird es dann öfters Gewinnspiele geben, weil ich massenhaft Spiele immer übrig habe. Und halt auch teilweise Kontakte habe, wo ich auch ein bisschen aktuelle Sachen kriegen kann und so. Und, äh, deswegen wird es, ähm, ja, wird es dann mehrere Gewinnspiele geben. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, jede Woche ein Gewinnspiel mache und da gibt es drei, äh, Gewinner. Und ich muss dreimal was für, sagen wir mal, ja, für vier Euro verschicken, damit es auch ankommt. So, das heißt, pro Woche sind das zwölf Euro. Ein Monat hat meistens vier Wochen. Das heißt, wir sind dabei knapp 50 Euro. Und das kann ich nicht bezahlen, möchte ich nicht bezahlen, um ehrlich zu sein. Weil, und das müsst ihr verstehen, ich verlos euch meine Spiele, Konsolen und was weiß ich nicht, was ich habe. Das ist die eine Sache. Ich könnte das Zeug auch verkaufen. Ich könnte das Zeug auch, ähm, wegschmeißen. Was weiß ich, ich könnte es auch behalten. Ich meine, wie gesagt, ich will irgendwann wieder einen Videospielladen aufmachen. Hast du das eben gesagt? Weiß nicht. Äh, wieder aufmachen und da könnte ich das natürlich alles behalten. So, dann mache ich mir die Mühe und mache die Gewinnspiele, mache die Videos, um euch das Zeug zu geben. Und dann gehe ich noch zur Post und bringe das dorthin. So, und dann möchte ich nicht noch die, äh, Versandkosten bezahlen. Das ist die erste Sache. Das heißt, ihr müsstet mir diese Versandkosten, ähm, überweisen. Ich meine, dürfte ja kein Problem sein, wenn ich jetzt, ähm, ich mache eine Review zu, ich sage jetzt mal Mario World für Super Nintendo und verlose da halt, ähm, einmal Mario World für Super Nintendo. Das Spiel ist, ähm, 20 Euro wert. Also, ich glaube, mindestens 20 Euro. So, das heißt, äh, da könnt ihr locker die 4 Euro Versand bezahlen, dann habt ihr, äh, 16 Euro gespart. Von mir aus könnt ihr das Spiel verkaufen, ihr könnt das Spiel verschenken, ihr könnt es verbrennen, das ist mir sowas von egal. Ähm, wenn ihr es verbrennt, dann sagt es mir aber nicht. Und, ähm, deswegen, ja, die Versandkosten müsst ihr dann übernehmen. Ähm, so, ansonsten bei Gewinnspielen wird es öfters der Fall sein, bei Gewinnspiele zählen ja auch zu Glücksspielen teilweise, ähm, und da, äh, sehe ich dann auch mit dem Versandkosten das Ding, ähm, es muss jemand offiziell mitmachen, der, ähm, 18 ist. Das heißt, meistens bei euch eure Eltern. So, Achtung. Ist aber kein Problem, denn ihr könnt ja das Gewinnspiel machen. Und es geht nur darum, dass ich dann jemanden hab, äh, dass ich die Adresse von euren Eltern hab, die 18 sind meistens sogar älter. Und, ähm, wenn jetzt die Versandkosten überwiesen wären, ihr habt kein Konto für Versandkosten, sonst irgendwas, das heißt, das machen ja auch eure Eltern. So, aber Gewinnspiel könnt ihr mitmachen. Es geht dann halt nur an eure Eltern, so gesehen. Weil es bei manchen Sachen, schon alleine 18er Titel, die darf ich an euch nicht verlosen, das ist die eine Sache, das geht nicht. Ähm, wenn es überhaupt 18er Titel geben wird, muss man dann halt immer sehen. So, das wären die grundlegenden, äh, Sachen. Ähm. Ähm. Ich find das geil, dass ich bei mir auf dem Kanal, äh, so Vernünftige, achso, ihr kennt mich noch nicht, ich sag immer, ähm, Kitties, nehmt das aber nicht für übel, ich sag immer Kitties. Die, alle, die jünger sind als ich, sind bei mir Kitties oder, äh, oder, äh, ja, Kitties, ich sag eigentlich immer Kitties. Ist aber nicht böse gemeint, das ist einfach nur, ich sag immer Kitties. Weiß selber nicht, woher das kommt. So, äh, bei mir hab ich immer, äh, die, die Vernünftigen, weil ich seh das bei so vielen anderen Kanälen, dass da wirklich, äh, Volltrottel sind. Diese, was sag ich immer gerne, die zwölfjährigen Minecraft-Spieler, ähm, weil die meisten, äh, die ich sehe auf YouTube oder die meisten, äh, die man auch mal auf, äh, Facebook sieht, solche Videos, die solche Videos drehen, das sind, äh, äh, Vollspasten. Ist einfach so. So. Also. Achtung. Ich hab's grad nicht ganz verstanden mit dem Gewinnspiel. Ähm, das Gewinnspiel könnt ihr natürlich mitmachen. Ihr dürft mitmachen, ihr dürft, äh, mir schreiben, ihr dürft Fragen, die so ein Genes. Ihr gewinnt dann auch das Spiel im Prinzip oder die Konsole oder was ich halt verlose, je nachdem. Meine Autogrammkarten, keine Ahnung, ein Treffen mit mir, nee, äh, weiß ich nicht. Ähm, ihr gewinnt das, aber ich muss es halt an eure Eltern verschicken. Offiziell haben eure Eltern gewonnen. Genauso mit den, äh, also die Adresse von euren Eltern brauche ich und somit brauche ich dann vielleicht auch, ich muss nochmal nach den Gesetzen dann gucken, brauche ich dann vielleicht auch die Kopie des Ausweises von einen eurer Eltern. Ist jetzt nichts Schlimmes, ähm, muss man im Prinzip auch bei, bei, äh, das hatte ich, wo ich meinen Laden hatte und 18 Artikel verschickt habe, da mussten mir die Leute, weil ich das per eigenhändig, äh, abgeben musste oder verschicken musste, mussten mir die Leute die Kopie ihres Ausweises zuschicken, sonst durfte ich denen das nicht schicken. Ist total dumm, ist aber leider das deutsche Gesetz und, ja, es ist Blödsinn. So, was, was sind Versandkosten? Naja, wenn ich was verschicke an euch, dann, äh, fallen da Kosten an von der Post. Und die muss ja jemand bezahlen. So, ja, sowas wie Briefmarken im Prinzip. Also ich sag jetzt, ich, äh, hau das Spiel so und so raus und, ähm, du hast das jetzt gewonnen, das Spiel, sag ich mal. Dann, äh, muss das ja irgendwie zu dir kommen und dann, äh, gehst du zur Post, pack das ein. Dann, sagen wir mal, ein Wii U-Spiel würde, äh, würde, wenn es versichert ist, damit, falls es, äh, wenn das Spiel irgendwo verschwindet, kriege ich mein Geld wieder für das Spiel, also den Ersatz im Prinzip. Ähm, ja, und auf jeden Fall würde das ungefähr 4 Euro kosten. Ich glaube, 4 Euro kostet es. So, dass die das verschicken an dich oder an deine Eltern, das sind Versandkosten. Beim Brief sind es Briefmarken und, äh, beim Paket, wo ein Spiel drin ist, sind das Versandkosten. So, naja, die meisten Kitties sind normal, ähm, hm, du wohnst nicht hier, wo ich wohne, ganz ehrlich. Okay, gut. Ja, in Deutschland ist man extrem streng, wenn es um Altersbeschränkungen geht. Da geht es wirklich, das ist wirklich nicht böse von mir gemeint. Ich möchte mich da nur nicht in Nesseln setzen, deswegen halt, wie gesagt, ihr könnt bei den Gewinnspielen mitmachen, ihr könnt die Sachen gewinnen, aber im Endeffekt wird das dann, äh, übertragen an eure Eltern. Das heißt, ähm, ihr, euch schicke ich das nicht, sondern ich schicke das euren Eltern. Und ob die das euch dann geben, das ist natürlich dann denen ihre Sache. Äh, wenn es jetzt natürlich ein Spiel ist, was, ähm, ab Null ist, ist das natürlich kein Problem. Altersbeschränkung Null. Das ist auch wieder, es sind verschiedene Sachen, aber immer bei jedem Gewinnspiel sage ich dann, wie das, oh, und, äh, wie das alles abläuft. So, das wäre erstmal das Wichtigste an der ganzen Sache, weil sonst kann ich keine Gewinnspiele machen, weil mich das, äh, komplett auffrisst. Das ist, das geht gar nicht. Das, das sind so hohe Kosten, äh, das gebe ich lieber meinen Nachwuchs, da kaufe ich lieber für mein Nachwuchsspielzeug oder irgendwas. Das, das will ich nicht, äh, raushauen. Naja, hier in Deutschland wird es eigentlich auch nicht kontrolliert, wenn du jemand Großes bist. Mit den Versandkosten und Altersbeschränkungen und, und, und. Weil wenn ich überlege, in meinem Videospielladen hatte ich so oft Kontrollen wegen Altersbeschränkungen, wegen indizierten Spielen, also verbotenen Spielen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ein Gamestop da irgendwie schon mal eine Kontrolle hatte, weil da sehe ich sehr häufig, äh, verbotene Sachen im Regal. Da scheint sich keiner auszukennen, aber es ist eine andere Sache. So. Bei Sefnik bleibt der Chat stehen. Na dann, Blacky, dann kommt doch mal nach Deutschland.